Es ist wieder Sonntag und das heißt, es ist Engelbotschaftzeit. Ich freue mich, dass du da bist und wenn du wissen willst, was die Engel heute für dich als Botschaft haben für diese Woche, dann bleibe dran. Nach dem Intro geht's los. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir heute deine persönliche Wochenbotschaft der Engel abholst und vielleicht bist du zum allerersten Mal auf meinem Kanal. Ich heiße Barbara Masur und ich bin spirituelle Lebensberaterin, geistig-energetischer Heilerin, Tierkommunikatorin und Mutter zweier Söhne. Und wenn du mehr über mich oder über meine Arbeit wissen möchtest, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei www.seelen-geflüster.de. Dort findest du alles rund um meine Tätigkeit als Medium, als Seelencoach und auch einen kleinen Online-Shop betreibe ich dort. Ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt komme ich zur Wochenbotschaft und ich habe mich leiten lassen. Heute mal wieder ein Kartenset mitzunehmen. Es war so schön. Ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten und dann ging es um Träume und dann fiel mir ein, ich habe doch so ein tolles Kartenset von der Doreen Virtue und ihrer Tochter Melissa. Und ja, und das habe ich mir halt jetzt mitgenommen. Es passte so gut. Und jetzt bitte ich halt die Engel um einen passenden Impuls für diese Woche für dich. Du darfst gerne dich einschwingen auf die Engelsenergien. Du darfst um eine Antwort bitten, wenn du gerade entsprechende Träume hast, die sich wiederholen oder mit denen du nicht weißt, was sie bedeuten. Oder du nutzt dieses Orakelset als Wegweiser für die kommende Woche. So. Und hier haben wir jetzt die vier Karten von den Engeln. Und du darfst dich für eine von diesen vier Karten entscheiden. Und wenn du dich für die Eins entschieden hast, schau mal, dann ist das die Antwort der Engel. Pusteblume. Vitalität, Befähigung und Ausdauer, sagen die Engel. Ja, also kümmere dich um deine Gesundheit, um deine Vitalität und lasse los, bekomme ich auch rein. Du hast die Fähigkeit, dich wirklich auch zu entfalten. Und du darfst es machen. So wie diese Pusteblume. Sie ist ja am Anfang gelb und wird dann im Laufe der Zeit, nachdem sie ihre Löwenzahnzeit sozusagen vorüber ist, wird sie ja eine Pusteblume. Und dann trägt der Wind die Samen hinaus in die Welt. Und das ist auch gerade bei dir so angesagt sozusagen. Lass deine Samen hinaus. Zeige dich und verbreite dich sozusagen. Den Hinterlass abdrücke. Dort, wo du bist. Die Ausdauer, sie ist noch dabei. Da geht es halt darum, dass du noch ein wenig Geduld benötigst, ein wenig Ausdauer benötigst, bis alles in Erscheinung tritt sozusagen. Bis das alles Früchte trägt. Da brauchst du noch ein bisschen Geduld für, sagen die Engel. Ja. Und trotzdem ist es wichtig, dass du jetzt loslegst damit. Wir können ja die Früchte nicht ernten, bevor wir gesät haben. Ja, genau. Ja, die Vitalität noch einmal. Das kriege ich noch mal rein. Ganz wichtig. Achte auf deine Gesundheit. Sorge dafür, dass du vital bleibst. Nimm auch Vitamine zu dir. Und gerade Löwenzahn kann man ja auch sehr gut ernten. Und auch alles davon. Und auch für den Winter ist der Löwenzahn ja auch super. Man kann auch die Wurzeln ernten. Sehr gut natürlich die reinigen und dann trocknen. Und dann sind die auch für den Winter sehr gute Energiegeber. Ja, genau. Ich glaube, man kann auch sogar diese Wurzelstückchen ein bisschen vermahlen und also malen und dann verbacken im Kekse oder so. Ich meine sowas. Also natürlich nicht komplett ersetzen. Aber ich ja. Also Löwenzahn ist sehr, sehr vielfältig. Und es gibt ja auch Löwenzahn-Marmelade. Es gibt Löwenzahn-Salat. Tu dir also etwas Gutes. Und nutze die Kraft vom Löwenzahn und die Energien. Und das fällt mir jetzt auch noch ein. Das bekomme ich noch rein. Dieses Bild der Löwenzahn. Der ist sehr, sehr widerstandsfähig. Und er hat ja die Kraft und er hat auch echt die Ausdauer. Das muss man ja mal sagen. Er kann ja fast überall wachsen. Man sieht ihn ja auch manchmal mitten auf der Straße sozusagen. Wenn da nur ein kleiner Riss ist, dann tut sich da ein Löwenzahn auf. Und der Löwenzahn ist auch sehr stark. Er hat ja unheimlich viel Kraft. Und das möchten dir die Engel auch noch mal mitgeben auf dem Weg. Auch du bist sehr, sehr stark. Auch wenn da jetzt Pusteblume stand und die Pusteblume natürlich die Leichtigkeit repräsentiert. Trotzdem hast du in dir drinnen eine enorme Stärke. Ja, genau. Und die Leichtigkeit, die ist natürlich auch da. Nimm das Leben mit Leichtigkeit. Schöne Botschaft. Okay, kommen wir zu Karte Nummer 2, wenn du dich vorhin mal für die 2 entschieden hast. Dann steht hier, abnehmender Mond. Also hier geht es um die Selbstbeobachtung und die innere Bestandsaufnahme. Du kannst dich da am besten mit Erzengel Haniel verbinden und natürlich mit dem echten Mond. Und dann, ja, gehst du mal in die innere Einkehr sozusagen. Schau bei dir selber, mach eine Selbstbeobachtung, wie die Engel sagen. Und eine innere Bestandsaufnahme. Was ist da gerade, was jetzt, was gehen darf, was nicht mehr benötigt wird? Was darf, ja, darf losgelassen werden? Woran hältst du vielleicht fest? Oder welchem Ziel jagst du hinterher? Und was dir im Endeffekt aber gar nicht gut tut. Und aus welchem Grund jagst du diesem Ziel hinterher? Das bekomme ich gerade noch so rein. Was möchtest du damit erreichen? Schau mal genau hin. Was steckt wirklich dahinter, was du mit diesem Ziel erreichen möchtest? Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn eines unserer Ziele ist, dass wir einen Porsche fahren, dann ist ja nicht der Porsche das wahre Ziel, sondern das dahintersteckende. Zum Beispiel wäre das vielleicht, dass man mehr gesehen wird. Wenn ein Porsche hier durchs Dorf fahren würde, da würden alle Leute hinschauen. Genau, also würde da das dahintersteckende Ziel mehr Sichtbarkeit zum Beispiel sein. Ja, genau. Das bekomme ich so rein. Also guck mal genau hin. Und auch, schau mal, ich halte nochmal die Karte hoch. Das wirkt für mich wie ein Kind dieses hier. Und trete auch mal mit deinem inneren Kind in Kontakt. Schau mal, was möchte dein inneres Kind dir mitteilen? Gibt es vielleicht noch etwas, wo das dein inneres Kind Hilfe bei benötigt? Vielleicht möchte es mal in den Arm genommen werden. Oder so, wie man die kleinen Kinder so wiegt. Das bekomme ich so rein. So diese Nestwärme. Ja. Ja, eine sehr spannende Botschaft. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu Nummer drei. Und dann heißt die Antwort der Engel Wasser. Und es geht bei dir diese Woche um Emotionen. Einweihung und Verjüngung. Auch sehr spannend. Ja, Wasser trägt natürlich Emotionen, trägt die Gefühle, speichert sie. Wasser ist ein sehr guter Datenträger sozusagen. Und du kannst dich mit dem Wasser reinigen. Du kannst deine Emotionen reinigen und die vom Wasser einfach fortspülen lassen. Das bekomme ich rein. Du kannst dir also in einer Meditation zum Beispiel vorstellen, dass du dich aufs Wasser legst und dann die Wasserwesen um Unterstützung bittest. Dass sie dich von diesen belastenden Emotionen reinigen. Und dass sie auch deine wahren Gefühle wecken und dass du dich traust, deine wahren Gefühle zu zeigen, bekomme ich auch rein. Verstärke dich nicht vor deinen Gefühlen. Und die Einweihung und Verjüngung, also die Verjüngung, Wasser hält uns jung. Wenn wir viel Wasser trinken, das klärt die Haut, das macht eine schöne Haut und es spült den Körper durch, es reinigt. Und darum geht es. Einweihung, da bekomme ich jetzt so rein, das hat mehr mit segnen zu tun. Segne dein Wasser, wenn du, bevor du es trinkst, das, ja, das bekomme ich gerade so rein, dass das mehr damit gemeint ist. Ja, sehr schön. Ja, also, Wasser, der große Reiniger. Wunderschön, eine tolle Botschaft. Also, mehr Informationen bekomme ich nicht rein. Ich habe gerade nochmal hingefühlt, hingespürt. Also, das große Thema bei dir ist Reinigung diese Woche. Gut, dann Nummer, Karte Nummer 4. Interessant, der Vollmond. Vorhin hatten wir mal den abnehmenden Mond. Jetzt ist es der Vollmond. Bei dir, Vollmond bedeutet hier, auch einmal erstmal Erzengel Haniel, bitte dich mit ihm verbinden und dich mit dem echten Mond verbinden. Das ist ganz wichtig, dass wir uns mit den Energien des echten Mondes verbinden. Und bei dir geht es halt um Abschluss. Der Vollmond repräsentiert ja die Ganzheit. Und darum geht es bei dir. Also, bei dir steht jetzt etwas vor dem Abschluss. Es darf ein Knopf dran gemacht werden. Und ja, darum geht es. Also, das ist dieser große Abschluss. Es steht, ein Projekt wird abgeschlossen. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die jetzt gefällt werden darf. Jetzt gibt es kein Aufschieben mehr. Also, jetzt darf das, woran du gerade so denkst, woran du gerade so arbeitest, quasi, da darf die Einheit jetzt entstehen. Das darf sich jetzt, ja, vervollkommenen. So, das Wort bekomme ich rein. Hier steht auch noch Gipfelpunkt. Also, stelle dir vor, wirklich, dass du da oben stehst, auf dem Gipfel, auf diesem Gipfel des Berges. Egal, wie hoch er ist oder wie kompliziert der Aufstieg aussieht, stelle dir vor, dass du oben bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es heute auch noch in der Tagesbotschaft gehabt und gestern, glaube ich, auch. Unser Geist schafft die Materie. Wir können so viel schaffen. Ich habe heute mit einigen lieben Menschen eine wunderbare Heilungsarbeit gemacht für die Natur und die Tiere. Und, ja, und auch das können wir ja nur, indem wir daran glauben, wie mächtig unsere Vorstellungskraft ist und unser Geist ist und unsere Schöpfer macht. Und das bekomme ich jetzt bei dir auch rein. Stelle dir wirklich diese Vollkommenheit vor von dem Projekt, zum Beispiel, an dem du gerade arbeitest. Oder von dem Problem, das dich gerade beschäftigt. Problem, das ist ja eigentlich, man hört es schon im Wort, es ist also etwas für uns. Also grundsätzlich ist es gar kein Problem. Wir denken es immer nur, dass es etwas Blödes ist. Aber wir können daran, ja, damit lernen, daran lernen an diesem Ding, an dieser Sache sozusagen dann. Und du darfst dir diesen Abschluss vorstellen. Ja, wunderbar, sehr, sehr schön. Tolle Botschaften, die wir diese Woche haben. Und, ja, ich bin gespannt. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Schreibe mir bitte gerne einen Kommentar. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und teile es auch sehr gerne mit deinen Freunden in deinen sozialen Medien. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit YouTube dich erinnert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren, gesegneten Sonntag, eine herrliche Woche in der Liebe und dem Licht der Urquelle. Der Frieden ist mit dir. Alles Liebe, deine Barbara Masur. Tschüss.